Als ich Student war in Frankfurt am Städel und in der Zeit auch mein schwules Leben kennengelernt und praktiziert habe und dann so 1982, 1983 immer stärker in den Vordergrund rückte, dass es diese Schwulenkrankheit gibt, die wurde damals so bezeichnet. Und ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, ob ich mich auch selbst infiziert habe. Irgendwann ging ich dann zur Uniklinik ins Haus 68 und habe mir dann irgendwann auch das Testergebnis geben lassen. Ja, und das war dann positiv. Da war ich 23 Jahre alt und mit diesem Testergebnis habe ich dann auch direkt die Öffentlichkeit gesucht. Es liegt wohl mit daran, dass ich im Vorfeld ja auch alles mit mir selber immer ausgemacht hatte, als ich wusste, dass ich schwul bin und mit niemandem darüber reden konnte. Und dieser Situation wollte ich mich nicht wieder ausliefern. Deshalb habe ich mit dieser Nachricht direkt auch meine ganze Umgebung konfrontiert und habe damit auch meine Kunst entwickelt. Also bin auch immer mehr mit meiner Kunst auf die Straße gegangen, habe angefangen in der Striche-Szene Striche und Freie zu porträtieren und auch HIV und AIDS zu thematisieren. Ich habe ehrenamtlich für die AIDS-Hilfe gearbeitet und Menschen mit AIDS begleitet und auch porträtiert und auch darüber versucht, einen Zugang zu bilden, zu entwickeln und mit diesen Porträts auch Gesicht zu zeigen. Also so fing eigentlich meine Aktionskunst auch an. Ich bin ja auch politischer Mensch, ich interessiere mich für die Welt, für die Geschehnisse. Das hat alles viel mit meiner Persönlichkeit zu tun, auch mit meinem Schwulsein, mit meiner HIV-Infektion, aber eben auch mit vielen anderen Facetten meines Wesens und meines Strebens auch. Ich habe, als der Irakkrieg ausgebrochen war, nach etwas gesucht, mit dem ich mich deutlich gegen den Krieg stellen kann, aber auch gleichzeitig wirklich etwas tun kann und mit unterschiedlichen Möglichkeiten versuchen kann, etwas zu erreichen, auch wenn es vielleicht ganz wenig sein würde, aber doch aktiv sein können und die Hilflosigkeit und die Ohnmacht ablegen können. Das war mir wichtig. Und dann ist mir die Friedenskunst 1000 Augen eingefallen, mit der ich jetzt seit elf Jahren unterschiedlichste Aktionen bestreite und mir immer wieder neue Dinge einfallen lasse und auch viele Menschen mit einbinde und darüber auch Gesicht zeige und Gesicht zeigen lasse. Viele, die sich dann beteiligen und mit mir zusammen etwas gestalten, zeigen ja auch für die Inhalte meiner Friedenskunst Gesicht und zwar sehr deutlich über dieses Symbol, das ich entwickelt habe, das innerhalb dieser 1000 Augen sichtbar wird. So, und hier stammt ja dann oben im Auge Motiv, das hast du allein gemalt, ne? Genau, es war ja ein Gerüst aufgebaut und die ersten zwei Etagen, die waren für die Schüler und die haben also an diesen drei Tagen dann auch ihr Werk vollendet und ich bin dann Freitag und Samstag auf die anderen beiden Stufen bis zum Dachgiebelhof und habe diesen Bereich so gestaltet, dass er sich in den Farben auch bezieht und auf das, was eben auch wieder schon stattfindet. Achso, du hast erst die Schüler, die Schüler malen lassen. Das ist diese Serie Inspired Eyes. Also ich lasse mich praktisch von dem, was im Vorfeld passiert, mit den Schülern inspirieren und es wird dann ein dokumentarisches Auge dieser Aktion. Das ist also unverwechselbar genau nur so möglich unter diesen Bedingungen. Also ich habe ja in der Santa Marta mein erstes großes Fassadengemälde gemalt, ein riesiges Auge, das von ganz oben in der Communitate nach unten blickt, in die City von Rio de Janeiro und habe auch die Menschen kennengelernt. Ich habe circa drei Tage dort gearbeitet und es kamen immer wieder Kinder zuerst, aber dann auch Erwachsene, die mir zugeschaut haben beim Arbeiten. Es haben mir zwei junge Männer geholfen dabei. Die haben mir zum Beispiel die Farbmittel gebracht oder haben mich während des Arbeiten fotografiert und haben dann auch selber mitgemalt an dem Felsen, der hinter mir nach unten geführt hat und haben mich bei meiner Arbeit begleitet und bestärkt. Also es war, das kann ich sagen, von Anfang an ein Gefühl von Zusammenhalt und es waren sehr bewegende Momente, die in mir mein Leben lang gespeichert sein werden. Schmetterlingsflügel zum Tanzen bereit, Ohne Berührung erscheinst du. Nichts als ein Zartschirm, ein farbiges Klott, traumhaft zerbrechlich, nur ein Augenblick, der bleibt. So zärtlich und weich, so lebendig, so zärtlich und weich, so lebendig, wenn Blüten sich öffnen, ist die Zeit, sie zu küssen und ihnen aus Liebe zu dir diesen Dienst zu erweisen. Doch das Fegefeuer hat alle Zeit zu verbrennen, was von dir übrig bleibt, wenn du aufgiebst, weiter du zu sein und zu gehen, wohin es gestreckt ist. So zärtlich und weich, so lebendig, so zärtlich und weich, so lebendig, so zärtlich und weich, so lebendig, und weich, so ifall. So zure